Ich schaue sehr positiv auf den bisherigen Saisonverlauf zurück. Wir konnten eine sehr konstante Qualifikation spielen und die Qualität holen können. Das ist sicher etwas sehr Positives für uns als Etappenziel. Der Einzug im Superfinale bedeutet uns sehr viel. Es bestätigt auch die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Darum ist das für den ganzen Verein sicher sehr wichtig. Ganz so mühelos, wie es aussieht von den Resultaten her, war es nicht in den bisherigen Playoffs. Insbesondere in dieser Serie gegen Piranha hatten wir auch Spiele, die uns nicht optimal gelungen sind. Gleichzeitig konnten wir auch super Leistungen abrufen. Insgesamt bringt es uns viel für ein Superfinale. Wir haben alle Situationen schon gehabt. Und das stärkt uns sicher auch. Wir haben das freie Wochenende oder so die zusätzlichen Tage, die wir hatten, gut nützen können. Um uns optimal auf den Superfinale vorzubereiten. Ich sehe das darum als klaren Pluspunkt. Ich schaue sehr positiv zurück auf die vier Saisons des Korps. Wir konnten uns stetig weiterentwickeln und mit unseren Leistungen an Vereinsgeschichten schreiben. Und wenn wir jetzt noch einen Titel holen würden, wäre das sicher noch eine Krönung. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Vielen Dank.